hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen teil des daritäten donnerstags heute teste ich für euch die vulkanfontäne von selber hütte das zeichen sind ganz schöne fontäne ich finde das war ein sinnvolles display die habe ich da rausgenommen so sind die aus schön von der gestaltung her und zwar sind da ist das so wieso hat normal glitzer von denen und dann aber drei römische lichtschuss 3 3 bundessternen dies raus schießt deutsche sprach schwere sprach wenn wir uns mal überraschen lassen wie gut sie noch sind ob sie noch so funktionieren wie sie sollen und da sind wir uns gleich bei der zündung bis gleich und nun für euch die vulkanfontäne sehr schönes teil sehr schöne fontäne machen wir gleich noch nicht weiter und nun die zweite sehr sehr schön also die dinger machen ja richtig spaß ist eigentlich selten dass diese leuchten so funktionieren aber wirklich top teile wer da reinkommt heute zu euch machen wirklich eine menge spaß und damit hoffe ich das video hat euch gefallen bis zum nächsten mal macht es gut und tschüss 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 Vielen Dank.